Im Winter fliehen die trockene Blätter in die Luft rum. Nummer 2. Es hält gleich auf zu schneischen, dann wird es wär' wär' besser. Nummer 3. Dau die Kohl in den Ofen, dass die Milchball aufhängt zu kochen. Nummer 4. Der gut old Mann ist mit dem Gaul durchs Eis gebrochen und ins kolde Wasser neu gefallen. Nummer 5. Der ist vor 4 oder 6 Wochen gestorben. Nummer 6. Das Feuer war zu stark, die Kuchen sind ja ohne ganz schwarz gebrennt. Nummer 7. Der isst die Eier immer ohne Salz und Päffer. Nummer 8. Die Viehs da um a Weih, ich glaub ich hab's enttäuscht gelaufen. Nummer 9. Ich bin bei der Frage gewesen und hab's ihr gesagt. Und die hat gesagt, sie wollt's an ihrer Tochter sagen. Nummer 10. Ich will's auch nicht mehr tun. Nummer 11. Ich schlag da gleich den Kochlöffel um die Ohren, du Aff. Nummer 12. Wo gehst du hin? Soll ich mir ein Mittag gehen? Nummer 13. Ich bin ein schlechter Zeug. Nummer 14. Mein liebes Kind bleibt da ohne Stein, die Bese Gänsebeis dich tot. Nummer 15. Du hast heute am meisten gelernt, bist brav gewesen. Drum darfst früher heimgehen als die anderen. Nummer 16. Du bist noch nicht graus genug, um eine Flasche Wein leerzutrinken. Du musst erst noch ein bisschen wachsen. Nummer 17. Geh's also gut und sag's deiner Schwester, die soll die klare, für eure Motte fertig nehmen und mit den Berschen sauber machen. Nummer 18. Hättest du ihn gekannt, dann wär alles anders da gekommen und es geht besser ohne Stein. Nummer 19. Wer hat mir mein Karp mit Fleisch geklaut? Nummer 20. Der hat's auch getau, als hätte es ihn zum Dreschen bestellt. Dabei hab ich's ja alles selber gemacht. Nummer 21. Wem hat er die neue Geschichte erzählt? Nummer 22. Man muss laut kreischen, sonst verstehre ich uns nicht. Nummer 23. Wir sind mit und haben Tast. Nummer 24. Als wir gestern oben zurückgekommen sind, haben wir die anderen schon im Bett gelegen und waren fest am Schlafen. Nummer 25. Der Schnee ist heut Nacht bei uns lege gebliefe. Er war heut meint, ist er weggeteilt. Nummer 26. Hinter uns am Haus stehen drei Äppelbämmchen mit raueren Äppelchen. Nummer 27. Könnt ihr nicht noch ein Aare blickchen auf uns warten? Dann gehen wir mit euch. Nummer 28. Er darf nicht auf die Kinderreihe treiben. Nummer 29. Unsere Berge sind nicht so hoch, eigentlich sind viele Heischer. Nummer 30. Er ist ein Punt Wurst und wie viel Braut wolle er dann hauen? Nummer 31. Ich versteh euch nicht, er müsste ein bisschen lauter babbeln. Nummer 32. Hät er kein Stück weißes Saaf auf meinem Tisch gefunden? Nummer 33. Sein Bruder will sich zwei schöne neue Häuser in einem Garten bauen. Nummer 34. Das Wort kommt ihm vom Herzen. Nummer 35. Das war recht von ihm. Nummer 36. Was sitzt da oben für ein Ficklchen auf dem Meierchen? Nummer 37. Die Bauern haben fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfer vor dem Ort gebracht und sie wollten sie verkaufen. Nummer 38. Die Leute sind heute alle draußen auf dem Feld und mehr. Nummer 39. Keiner. Der braune Hund tut ihm nichts. Nummer 40. Ich bin mit den Leuten hier über die Wiese in die Frucht gefahren.